Ist das ein Weihnachtsmann? Ja! Und was hat der Weihnachtsmann hier? De was? De habe ich hier. De cadeau? Ja. Dwa padarke? Ja. Zwei Geschenke? Ja. Ja, aber nur, nein, ein. Aha, der Weihnachtsmann hat zwei Geschenke, nicht eins, zwei Geschenke. Zwei. Und sind beide Geschenke für Sherlock? Ein Papa, wir nehmen diese Häuser, von dem Teil, wir nehmen Häuser. Achso, so, die größere Geschenke ist für Sherlock und die kleinere Geschenke für Papa. Ja. Glaubst du, das ist fair? Ja. Und ist da einige Geschenke für Mama? Ich teile mal diese. Du teilst mit Mama dein großes Geschenk? Ja. Super. Und was bekommst du? Ein großer Dampfband. Ein großer Dampfband? Und du teilst mit Mama dein großes Dampfband? Ja. So, this is a Christmas Father and he has two presents. Ja. Two presents. So, the small present is for Papa. Ja. And the big present is for Sherlock, but you share your big present with Mama, with me. Ja. And you. So, you will share your middle gross STEAM train with Mama. Ja. Wow. For Papa, for Baby, for Mama. You want four trains? Or you mean the train has four wagons? Or it's four to you, like for Mama, for Papa, for Sherlock? Ja. Oh, that's very nice. So, the small present is for Papa and the big present is for Mama. For Mama. Baby, Baby, Mama. Oh, that's so, that's Dett Mora's. And he has two gifts. He says, Mama, we want to give Mama. I understand. Baby, Mama, Papa. Oh, that's so, that's Dett Mora's. He has two gifts. One small for Papa, and one small for Sherlock. And Sherlock will make his big present with Mama. Yeah. And there will be a lot of locomotive, yeah? That's why the train will be a car. And you are a car with a car. And you are a car with a car with a car. And you have a car with a car. And you have a car with a car.